Lieber Oberbürgermeister Christian Thieme, ich hatte schon so ein bisschen an meinen Kindheitserinnerungen dort gesprochen, von daher freue ich mich auch heute mal mit dem Oberbürgermeister von Zeitz gemeinsam auf einer Bühne stehen zu können. Ich denke mal, Sie können das, glaube ich, was Marcel Schmid jetzt gesagt hat, glaube ich, auch sehr, sehr gut anknüpfenderweise dann auf Zeitz, dann Münzen. Also ich freue mich sehr, dass wir heute bei INSING sein können und gebe Ihnen hiermit gern das Wort für ein Grußwort. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun möchte ich, auch ich Sie, in den fast 800 Jahre alten Hallen und Räumen unseres Franziskaner-Klosters ganz herzlich begrüßen. Das gilt für Sie hier im Saal. Das gilt selbstverständlich auch für all die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich digital zugeschaltet haben. Es ist schön, dass Sie alle heute hier dabei sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass die 11. Digitalisierungskonferenz unter der Überschrift Digitalisierung und Strukturwandel heute hier in Zeitz stattfindet. Einer Stadt, die diese beiden Punkte nicht besser unter sich vereinen könnte. Denn Zeitz hat nicht nur eine spannende Zukunft, sondern auch eine bewegte Vergangenheit. Allein dieses geschichtsträchtige Gebäude ist seit fast acht Jahrhunderten Zeuge von guten und auch nicht so guten Seiten dieser Stadt geworden. Die spätmittelalterliche Anlage ist baulich mit Klausur, Kirche und Kreuzgang immer noch komplett erhalten und zeigt uns, dass man auf einem soliden Fundament jeden Widrigkeiten trotzen kann. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Klosterkirche hat noch eine weitere Bedeutung. Zeitz ist nicht nur Stadt der Luther-Nachfahren. Auch der Reformator selbst redigte 1542 im völlig überfüllten Innenraum über die große Macht und Kraft des Wort Gottes. Und heute befindet sich hier unser Digitalisierungszentrum Zeitz, zu dem Ihnen die Leiterin von Martina Kuhhaupt im Anschluss noch einiges mehr erzählen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass solche digitalen Konferenzen problemlos stattfinden können, zeigt nur wieder den deutlichen Fortschritt, den wir in Sachen Digitalisierung machen und machen mussten und natürlich weiterhin machen müssen. Und bei allen Widrigkeiten der Corona-Pandemie war sie es doch auch, die für eine derart rasante Entwicklung digitaler Möglichkeiten Treiber war. Und das Thema Digitalisierung kann nicht losgelöst vom Thema des Strukturwandels betrachtet werden. Unter dem Begriff des Strukturwandels versteht man die entscheidenden Änderungen von Wirtschaftsstrukturen. Und dies erlebte Zeitz mehrfach in den letzten Jahrhunderten. Vor über 200 Jahren entstand ein neuer Landkreis, somit wurde Zeitz zur Kreisstadt erklärt, die sich im Zuge der Industrialisierung zu einer modernen Industriestadt entwickelte. Fabriken, vor allem für Klaviere, Maschinen und Kinderwagen, Zucker, Seife und Schokoladen prägten das Bild der Stadt bis hinein ins 20. Jahrhundert. Der letzte drastische Strukturspruch, den wir hier erleben mussten, ist nun 30 Jahre her. Ich finde es immer wieder beeindruckend, was die Zeitzregion seit der Wende alles geschafft hat. Und es erfüllt mich mit großer Zuversicht, wenn man weiß, was die Zukunft noch alles bringen kann. Doch bis dahin war es für alle ein weiter, weiter Weg. Nach der politischen Wende erlitt Zeitz und die gesamte Region einen brutalen Strukturbruch. 1950 zählten wir fast 48.000 Einwohner. Jedoch reduzierte sich diese Zahl drastisch auf heute knapp 28.000 inklusive inzwischen erfolgter Eingemeindungen. Tausende Arbeitsplätze gingen verloren, viele Menschen wanderten ab. Dieser Strukturbruch ist bis heute nicht verkraftet. Trotz zahlreicher Investitionen in Millionenhöhe, die unser Stadtbild sichtlich verschönert haben, zahlreiche nun verfallene Gebäude der damaligen Arbeits- und Lebensweltzeugen noch heute von der einstigen Blütezeit der Stadtzeitz. Der heutige größte Arbeitgeber der Region, die MIBRAG, die Mitteldeutsche Braunkohle AG, wird in der jetzigen Form nicht mehr bestehen können. Was einen Wegfall von weiteren 1000 Arbeitsplätzen bedeutet. Wir dürfen aber die Menschen vor Ort nicht im Stich lassen. Lösungen dafür zu finden, ist aber nicht einfach. Doch die ersten Schritte sind getan. Vor dem Hintergrund des von der Bundesregierung beschlossenen Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung bis zum Jahr 2038 stehen wir alle vor enormen Herausforderungen. Innovative Ideen sind gefragt, die Zukunft zu gestalten. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen sich diesen Herausforderungen ebenso stellen wie die öffentliche Hand. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam auf diesen Weg begeben und der Zukunft positiv entgegenblicken. Denn genau jetzt hat jeder Einzelne die Möglichkeit, die Zukunft hier in der Region zu gestalten. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich der Bundes- und Landesregierung danken für ihren unermüdlichen Einsatz für das Kernrevier. Denn Ihnen ist es zu verdanken, dass inzwischen die Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind, Zukunftsthemen hier vor Ort und in der Region anzugehen. Neue Förderprogramme auf Grundlage des Investitionsgesetz Kohleregionen ermöglichen, ist den Kommunen durch bessere finanzielle, aber auch personelle Ausstattung, Zukunftsprojekte umzusetzen. Projekte wie zum Beispiel die Sanierung der ältesten erhaltenen Brikettfabrik der Welt, dem Zeitser Hermannschacht, die Sanierung und Umnutzung eines ehemaligen Wohnhauses zu einem Mehrgenerationenhaus in der Zeitser Rahnestraße oder die Sanierung und der barrierefreien Ausbau der stadtbildprägenden Gebäude Sekundarschule III und Grundschule Stadtmitte zu einem Bildungscampus. Und diese gehören nur zu den ersten Vorhaben, die in den nächsten Monaten und Jahren umgesetzt werden sollen. Zeits wird modern und das nicht nur in der Bausubstanz, sondern auch auf digitalem Weg. So können wir bereits jetzt stolz sagen, dass unsere Gewerbe- und Industriegebiete eine Breitbandverfügbarkeit von einem Gigabit aufweisen. Und nicht nur das. 98 Prozent der privaten Haushalte verfügen über die Möglichkeit eines Breitbandanschlusses mit 50 Mbit pro Sekunde. Mehr als 92 der privaten Haushalte besitzen bereits eine Breitbandverfügbarkeit von 100 Mbit pro Sekunde. Dies ist ein großer Schritt in die Zukunft. Die Digitalisierung ist ein wichtiger Baustein, zeits zu einer grünen Wohn- und Kulturstadt zu entwickeln, genau wie es im Leitbild der Stadt festgeschrieben wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns nun gemeinsam die Weichen für eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Entwicklung unserer Region stellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass Sie heute alle hier dabei sind.